Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wenn es um mexikanische und argentinische Spezialitäten geht, kommt man in Hamburg um MaxArc Catering und die Cantina Quattro nicht herum. Ernesto Camarillo Ramirez und Juan Carlosan haben sich mit ihrer Cantina einen langgehegten Traum erfüllt und bieten dort wochentags zur Mittagszeit unverfälschte Gerichte aus Mexiko und Argentinien. Ob Tacos, Tortillas oder Empanadas, hier kommen Freunde der authentischen lateinamerikanischen Küche garantiert auf ihre Kosten. Dabei setzt das Duo auf die täglich frische Zubereitung sowie die Verwendung qualitätsvoller Zutaten, die direkt aus Mexiko importiert werden. Bis hin zu den Soßen wird natürlich alles selbst gemacht. Ergänzend zur Cantina beliefert MaxArc Firmen und Veranstaltungen mit außergewöhnlichem Catering, bietet die Produkte aber auch Gastronomen an, die diese ins Angebot aufnehmen möchten. MaxArc und die Cantina Quattro – in Hamburg auch immer wieder auf diversen Festivals anzutreffen.